Hey Leute, heute haben wir 6 Puzzle- bzw. Rätselbilder für euch, mit denen ihr eure Aufmerksamkeit testen könnt. Ihr habt pro Bild jeweils 10 Sekunden Zeit, um die Aufgabe zu lösen. Schafft ihr es in dieser Zeit, bekommt ihr einen Punkt. Am Ende müsst ihr dann nur noch alle Punkte zusammen addieren und wir erklären euch, was euer Ergebnis bedeutet. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 6. Findet das Bild, das sich von den anderen unterscheidet. Ihr habt 10 Sekunden Zeit. Und hier ist die Lösung. Wenn ihr es in der Zeit geschafft habt, gibt es jetzt einen Punkt für euch. Machen wir weiter mit der Nummer 5. Findet die Katze, die anders aussieht als alle anderen. 10 Sekunden ab jetzt. Und hier haben wir die falsche Katze. Habt ihr es gelöst, dann gibt es jetzt einen Punkt. Wenn nicht, nicht. Weiter geht's mit der Nummer 4. Findet ihr auch hier wieder das Bild, das nicht zu den anderen passt. Ihr habt 10 Sekunden ab jetzt. Und hier ist es. Wieder ein Punkt für jeden von euch, der es in der Zeit gefunden hat. Machen wir weiter mit der Nummer 3. Findet wieder den Ausreißer. Ihr habt 10 Sekunden Zeit. Hier ist das falsche Bild. Habt ihr es in der Zeit gefunden, dann war das der nächste Punkt für euch. Machen wir weiter mit der Nummer 2. Findet auch hier wieder das Bild, das nicht zu den anderen passt. Ihr habt 10 Sekunden Zeit. Und hier ist die Lösung. Einige von euch haben hier sicher ihren vorletzten Punkt geholt. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Eure letzte Chance für einen Punkt. Ihr habt 10 Sekunden Zeit. Und hier ist die Lösung. So Leute, rechnet jetzt alle Punkte zusammen und wir kommen zur Auflösung. Habt ihr die vollen 6 Punkte erreicht, seid ihr sehr aufmerksam und achtet auf jedes kleinste Detail. Sehr gut. Bei 4 bis 5 Punkten habt ihr zwar die Fähigkeit, konzentriert und schnell gewisse Muster zu erkennen, jedoch verlässt euch manchmal die Konzentration und ihr überseht das ein oder andere Detail. Habt ihr 2 bis 3 Punkte erreicht, gehört ihr eher zu den Menschen, die nicht auf alle Details achten oder Dinge nur flüchtig wahrnehmen. Eure Aufmerksamkeit ist nicht besonders groß. Und ja Leute, habt ihr nur einen einzigen oder sogar gar keinen Punkt erreicht, dann betrachtet ihr Dinge nur relativ oberflächlich. In Zukunft solltet ihr vielleicht mal versuchen, etwas genauer hinzuschauen, denn sonst werden euch in eurem Leben immer wieder wichtige Details entgehen. Ja Leute, wie habt ihr abgeschnitten? Schreibt's doch mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns mal einen Daumen nach oben, damit wir Bescheid wissen und abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Hier haben wir jetzt noch ein weiteres spannendes Rätselvideo für euch. Zum Anschauen klickt einfach drauf. Und damit war's das auch schon wieder für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.